Ja, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Vlog zu 1 Million Euro und diesmal geht es endlich mal wieder um ein finanzielles Thema. Es wird ja langsam schon die Seltenheit auf dem Kanal, aber an sich passiert halt da auch wie immer nicht so viel. Aber jetzt letzte Woche hat sich einiges getan und zwar habe ich einen Bausparvertrag abgeschlossen und da habe ich mich natürlich informiert und überlegt, ob das sinnvoll ist, wie viel das bringt, wann es was bringt, ob man es machen soll oder nicht machen soll und habe mich da rundum mit beschäftigt und erzählt euch jetzt wie gesagt, was da meine Meinung sind oder wie ich es gemacht habe. Genauso an sich. Ist es ja so, dass man seine vermögenswirksamen Leistungen, wenn man unter 30.000 Euro im Jahr verdient oder das leistendes Bruttoeinkommen hat, also nicht das, was man sozusagen vom Chef eigentlich ausgezahlt bekommt, sondern mit gewissen Abzügen hier und da schon, was dann in der Steuererklärung als Bruttoeinkommen drinsteht. Genau und dann gibt es eben vermögenswirksame Leistungen. Die betragen 40 Euro im Monat und die kann man eben vom Arbeitgeber bekommen sozusagen oder auch selber dann zu finanzieren. Genau und diese kann man eben in einem Bausparvertrag einlaufen lassen oder in Aktien, also in ETF. Genau und das hatte ich damals ganz am Anfang von der Ausbildung natürlich auch mich mit beschäftigt und hat dann festgestellt oder mir überlegt, dass ich lieber den ETF nehme, weil der einfach mehr Rendite bringt und das schon so in Ordnung ist. Jetzt im Nachhinein wäre der Bausparer vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, aber es ist jetzt sozusagen wurscht. Ich habe ja jetzt sowieso erstmal einen abgeschlossen und das passt erstmal. Genau und da ist es halt so, dass man ansonsten diese vermögenswirksame Leistungen in den Bausparer reinstecken kann, auch 40 Euro und der Staat zahlt dann halt da zum Bausparer was dazu. Am besten ist sowieso, wir fangen mal beim ganz groben an, der Bausparvertrag hat eine gewisse Bauspar Summe, die man abschließt, zum Beispiel 100.000 Euro, das wäre ja der gängigste, sagen wir es mal so. Genau und dann hat man da erstmal Abschlusskosten mit 1,5 Prozent ungefähr und danach spart man in den Bausparvertrag ein und wenn man dann nach einer gewissen Zeit und einem gewissen Geldbetrag im Bausparer kann man diesen Zuteilungsweg machen. Dazu braucht man 25 Prozent mindestens an Kapital sozusagen im Bausparer drinnen und dann kann man den zuteil lassen, also sich auszahlen lassen und zwar die restlichen 75 Prozent werden als Kredit aufgenommen und man selber bekommt dann 100 Prozent raus. Also wenn man jetzt die 100.000 abgeschlossen hat, dann wenn man 25 Prozent, also 25.000 Euro, eingezahlt hat insgesamt mindestens und eine gewisse Laufzeit gelaufen ist, dann kann man 75.000 Euro auszahlen lassen und ja das halt dann als Kredit aufnehmen und dann eben der Vorteil vom Bausparvertrag mit günstigen Zinsen wieder zurückzahlen, was halt beim normalen Kredit ja nicht der Fall ist. Alternativ zum Bausparer ist natürlich der normale Kredit, den kann man natürlich relativ sofort verfügbar machen und tut dann eben die 100.000 Euro komplett, selbst selber aufnehmen und zahlt dann auch meistens einen höheren Zinssatz über die Laufzeit, über die Tilgungsphase am Ende. Also der Bausparer hat so zwischen ein und zwei Prozent und der normale Kredit momentan jetzt mit der EZB-Zins bei 3,75 oder 4 Prozent sind die normalen Kredite auch so um den Dreh rum, 4 bis 5 Prozent, weil die Bank ja auch noch irgendwo ja das nicht für den Lohn muss. Genau und dann würde man halt jedes Jahr 4 Prozent auf das aufgenommene Kapital zahlen und beim Bausparer zahlt man halt nur auf die 75 Prozent nur ein bis zwei Prozent Zinsen, die man noch zusätzlich zahlen muss. Genau und deswegen tun wir eben einen Bausparer abschließen und machen, um eben dann, wenn man Kredit aufnimmt, weniger Kredit aufnehmen zu müssen, weil man schon was eingezahlt hat und von niedrigen Zinsen profitieren. Genau. Und ja, was kann ich noch so erzählen? Genau und ich habe mich dann eben auch dazu entschieden dann, dass ich mich auch so abschließen sollte. Einfach nur für die Zukunft, weil ich dann doch mal wahrscheinlich irgendwann in Immobilie investiere und dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn ich ja sozusagen relativ günstigen Kredit bekomme oder Kredit aufnehmen kann, dass ich da einfach gut dabei bin sozusagen und ja, einfach mal gut starten kann, sagen wir es mal so und nicht so viel Zinsen aufnehmen muss und natürlich auch nicht so viel Kreditsumme an sich, weil ich ja schon was eingezahlt habe. Genau, mit diesem Kredit habe ich eben, Bausparer exakt, habe ich eben abgeschlossen. Da kommen dann irgendwann noch die tatsächlichen Unterlagen, wo ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen dazu kann, aber an sich ist das so grob mal das Konzept. Genau und dann gibt es noch so einen riesen Vorteil von Bausparern und zwar kann man den immer teilen, das heißt, wenn man jetzt 100.000 Euro aufgenommen hätte, man braucht aber nicht so viel, vielleicht nur 50.000 oder so, dann kann man den aufteilen und eben diese 50.000 Euro sind dann ein eigener Bausparvertrag, den man dann auch aufnehmen kann und die anderen 50.000 Euro laufen einfach weiter als ganz normaler Bausparvertrag, wo man ganz normal weiter einzahlt und dann halt den irgendwann später mal aufnimmt. Genau. Und ja, solche Aktionen kann man natürlich nutzen und an sich muss der Bausparer immer für Immobilien so im großen Zweck genutzt werden. Also man kann nicht einfach sagen, ach, ich nehme 100.000 Euro Bausparer auf und tue dann mal schnell 25.000 Euro einzahlen und nehme dann 25.000 Euro pro Kredit auf und tue das dann in Aktien investieren, die 100.000 oder sonstige Sachen, sondern man muss dann eben auch eine Immobilie nachweisen, also sagen, okay, hier, das ist für das Grundstück oder das ich dann hier gekauft habe, wo dann ein Name draufsteht oder es ist für das Haus, was ich bauen lasse, das ist halt so ein Hausbauvertrag beim Bauunternehmen. Denen kannst du halt dann vorlegen, dass sie das belegen können, sozusagen, dass das für Immobilien oder wohnwirtschaftliche Zweckgeist immer genutzt wird und nicht das Geld für irgendwas anderes ist, weil du natürlich dann auch den Bausparer ins Grundbuch eintragen musst und natürlich dann dadurch, dass abgesichert ist, der Kredit, weil ansonsten hätte der aufgenommenen Kredit gar keine Absicherung sozusagen, sondern die leihen dir einfach so das Geld und dann kannst du damit nichts machen, also haben die keine Rückversicherung, dass sie das Geld wiederbekommen, sondern können sie einfach damit gehen und durch die Eintragung im Grundbuch und das Nutzen für Immobilienzwecke haben sie eben den Gegenwert, weil halt die Immobilie ja nicht wertlos ist, sozusagen. Genau, und das nutzen eben die Aussparkassen oder Banken halt, um da sich abzusichern, was ja ganz normalerweise, ich meine, wenn man einen Kredit normal aufnimmt, dann ist der auch immer im Grundbuch eingetragen und dann, ja, macht es eigentlich gar keinen so großen Unterschied, weil es eigentlich ganz das Übliche. Genau, ansonsten tue ich jetzt halt meine sonstiges Geld, was ich immer investieren würde, sind momentan so 500 Euro im Monat, die laufen jetzt im Bausparvertrag erstmal rein, um denen eben erstmal am Anfang ein bisschen anzuhelfen, dass da was rauskommt und dann nachher, ähm, also, ja, und dann nachher, also, so in einem Jahr oder so, tue ich dann die Sparrate reduzieren auf, ähm, etwa 70 Euro im Monat, weil der Staat fördert Bausparverträge an sich mit, äh, eben bis zu eingezahlten 700 Euro, tut da 10% fördern, das heißt, wenn du 700 Euro im Jahr einzahlst, kriegt, äh, gibt der Staat noch 70 Euro obendrauf, also, ja, so ein kleiner Bonus, sagen wir es mal so, an sich interessant ist es ja nicht wirklich, aber es ist ja weniger als 1% pro Monat, was man da bloß macht, hm, was man da bloß macht, aber es ist auf jeden Fall nicht nichts und deswegen eigentlich ganz in Ordnung, hm, genau, und deswegen tut man dann eben, nachdem man diese Abschlussgebühren gezahlt hat, den Bauspar, ähm, ja, die Einlage reduzieren, dass man eben, ähm, ja, halt möglichst, hm, diese, ja, nur 700 Euro im Jahr einzahlt, um eben möglichst viel Geld selber in Aktien oder sonstige ETFs anzulegen, um da eben mehr Prozent Gewinn zu machen und dann später, wenn man den Bausparvertrag, äh, einlösen mag sozusagen, dann tut man einfach mit einer Sondereinzahlung, tut man einfach schnell, äh, die Aktien sozusagen, die man hat, äh, halt umschichten, also liquidieren und dann halt das Geld sondereinzahlen auf den Bausparvertrag, dass er halt ganz schnell die 25% voll hat, hm, die man braucht für die Zuteilung und dann, äh, kriegt man ja wieder 75, also, kriegt man dann, ja, die 100% wieder raus, hm, und kann das dann eben ganz gut nutzen, ähm, ja, und hat deswegen dann trotzdem noch die ganze Zeit Gewinn gemacht mit den, ähm, mit den Aktien und auch mit dem Bausparer, halt so ein bisschen und kann es dann nachher gut nutzen und ansonsten, wenn du dann die, den Kredit aufnimmst, ähm, läuft das normalerweise über 7 bis 13 Jahre und, ähm, genau, und dann, ähm, tut man dann das ganz normal tilgen, kann aber auch durch Sondertilgungen halt das schneller zurückzahlen, also halt dann, äh, ja, halt einfach sozusagen direkt abbezahlen und fertig. Genau, ich denke mal, das war so grob alles zum Bausparer, ähm, jetzt erstmal so, hm, genau, ihr könnt gerne in den Kommentaren eure Erfahrungen mal dazu schreiben und es bei euch ausschauen, äh, falls ihr noch Fragen habt, natürlich auch gerne, ähm, ansonsten üblich, den Kanal abonnieren und ein Like da lassen und wie immer, bis nächste Woche.